Hallo Leute, ich bin's, der Deckenmann. Heute mit einer besonderen Episode aus meinem Bett. Na, hat mich schon jemand gefunden? Jetzt wäre noch eine Chance. Hat jemand gefunden? Nicht? Tada! Hallo, halbes Gesicht. Ich bin heute in meinem Bett gefesselt und eingefangen, deswegen kommt auch erst jetzt so ein Video. Ich hatte irgendwie eine ganz komische Nacht und hänge seitdem einfach nur im Bett und, keine Ahnung, mal kurz ein bisschen ruhig machen, runterfahren. Das ist ja, glaube ich, sinnvoll. Mir geht's aber wieder eigentlich ganz okay. Ich wollte nur halt eben dann den Tag ein bisschen ruhiger machen und euch natürlich auch im Bilde haben, warum dann heute vielleicht nur so ein komisches Video kommt. Ich habe aber natürlich was vorbereitet und mich nicht lumpen lassen. Und zwar zunächst mal, wie jedes gute Video von mir, top Qualität an Musik, die den Zustand hier perfekt repräsentiert. Ja, das ist ein Bett mit Kissen. Und... Äh... Das ist irgendwie nicht so ein geiles Lied. Was gibt's noch? Ja. Im Bett liegen. Ja. Das hört sich doch genauso an wie, 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 wie perfekte Musik für dieses Video. Und natürlich habe ich wie immer, wenn man mal ein Aushilfsvideo machen muss, wird sie vorbereitet, Leute. Seid ihr bereit? Was sagt ein Hai, nachdem er einen Surfer gefressen hat? Nett serviert, so, mit Frühstücksbrettchen. Weiter geht's. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich kriege ein Brot, darauf der Bäcker. Sachen gibt's. Ja, ist verrückt. Äh... Johanna zum Papa, ich wünschte mir als Geschenk einen Pony zu Weihnachten. Also, wünsche, ne? Ist ja nicht, äh, Vergangenheit. Sagt der Papa, geht in Ordnung. Johanna? Wirklich? Ich liebe dich über alles. Papa an Heiligabend. So, Johanna. Dein Friseurtermin steht. Ja, es ist zu lang. Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Darauf der Bäcker, aber nicht in meinem Laden. Viele Bäckerwitze heute, ne? Ich bin ein Top-Bäckerwitze-Erzähler. Letzte Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Gut, äh, das dazu. Normale Videos, wie gesagt, wieder morgen. Sorry für, äh, nicht melden. Ich lag echt nur im Bett und kaum gepennt letzte Nacht. Äh, morgen back to the normal shit. To the hustle. Du, 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 du. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, äh, was ihr gemacht habt. Und dann habe ich vielleicht auch wieder irgendwann ein zweites Auge. Man sieht mein Mund nicht mal. Man sieht einfach nur, dass sich der Bart leicht bewegt. Das sieht so verrückt aus. Das ist ein komischer Winkel. Auge. Zeige Emotionen. Nett. Böse Traurig Erstaunt Irgendwie das gleiche gewesen Ich kann keine Emotionen Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so gemacht habt Freut euch auf die Ferien Was macht ihr in den Ferien? Alles, ich lese fleißig Kommentare Wir sehen uns Tschüss Knopf